Okay, da haben wir wieder einiges an Geld verdient. Kannst mal wieder unser Auto ausbauen. Und zwar... Das können wir nicht leisten. Fangen wir vielleicht nach unten, dann können wir uns den Turbo leisten. Und zwar... Wieder in der Keyscore. Vier Runden. Ab geht's. Wir können mal gut weg. Der ist noch nicht gut. Jetzt treu mal noch. Scheißdreck. Jetzt Vollgas. 8.39. Jetzt haben wir den Letzter. Na ja, jetzt ist ein bisschen Action gesagt. Jetzt müssen wir uns erst mal nach vorne kämpfen. Da fliegen Motorhauben durch die Gegend. So, unsere Verabschiedssee hat. Da vorne brennt irgendwas. So. Und jetzt haben wir wieder die Führung übernommen. Weil die An- und An- und An- und die Kaut ist da gegen vorne. So. Und jetzt haben wir den Rest nicht wieder da ausgefahren. Und jetzt haben wir die Kaut ist da nicht mehr attella. button verfolgen. So, wieder Hardform verloren. Bonenverfolger haben wir wieder. Oh, das war nicht gut. Jetzt brennt mittlerweile unser Auto auch schon. Dritte Runden. Und der ist da vorne noch ziemlich ganz, also der ist überhaupt nicht beschädigt. Und der Vorsprung wird größer. Das war unser letzter Nito-Boost. Und jetzt müssen wir irgendwie Glück haben. Jetzt hat's. Er gibt Weg auf. Der hat rasch ja auch nicht. Ei, das glaub ich wird nix mehr. Vielleicht macht er noch einen Fäller. Natürlich nicht. Nein, das war's. Zweiter Platz, das mal hat's nicht gelangt. Da ist der andere zu fehlerfrei gefunden. So, gibt nur 800 Dollar. Aber es gelangt für unseren Turbo-Boost. So, dann haben wir noch mal ordentlich PS jetzt unter der Haum für die letzten zwei Rennen. Und das mal haben wir wieder Asphalt drinnen. So, jetzt müssen wir uns wieder zusammenreißen. Dass wir wieder Platz eins nehmen. Oh, hier können wir gut weg. Können wir doch weg. Scheißdreck. Kleiner und den ersten Posten knallt. Und wieder letzter. Vier Rücken haben wir da vorne. Jetzt haben wir die ganze... Oh Mann. Ohne vor uns. 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 Vielleicht gehen wir den Gefüchten aus dem Weg. Oh, geh weg Mann. Das ist der Kleine wieder da. Und dann ist wieder erster. Oh, der kippt nicht auf. So, jetzt haben wir zumindest erster wieder. Aber alle hinter uns und ist nicht gerade weit weg. So, voll letzte Runde. Ja, und das war's. Jetzt haben wir die Kurven schon wieder so eng genommen. Und jetzt haben wir schon wieder total beschädigt. Aber wir müssen kämpfen. Ohrrunden haben wir noch zum Vornen. Ja, der kippt schon wieder. Ah, hat nicht gekaut. Hier enorm, na. Also Zweikampf. Und jetzt geht's in die nächste Runden. Ja, der gibt nicht auf. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, oder wo ist er jetzt nicht immer? Oh, jetzt machen wir wieder Fehler. Nicht gut. Zusammenreißen. Und da ist er schon wieder. Oh, glaub ich, das war's. Jetzt vielleicht müssen wir besser umkommen. Jetzt machen wir das mal immer. Oha, letzter. In der letzten Kurve noch. Knapper sich. Dem mal was knapp. So, jetzt haben wir vielleicht noch mal irgendwas verbessern. Vielleicht dann das Chassis, weil das immer so schnell kaputt ist. So, das letzte ja noch. Dann hätten wir noch 700. So, Höchstgeschwindigkeit. Glaube ich, können wir gar nicht mehr groß verbessern. Nehmen wir halt eine bessere Umsetzung. Na, die Übersetzung können wir uns nicht leisten. Dann nehmen wir halt eine bessere Aufhängung. So, letztes Rennen. Bunker-Challenge. Ab geht's, wir kommen gut weg. Drei Runden stehen ja noch. Drei Runden stehen ja noch. Und das ist ein relativ langer Strick. Und sie hängen uns im Nacken. Aber diesmal nicht der Andere. Sondern der Gaby. Und der ist ziemlich neu jetzt. Das haben wir aufgehört. Damit haben wir wieder einen Vorsprung. Und jetzt lösen sich da ein paar Teile von unserem Auto. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Es geht in die letzte Runde Wir führen noch Haben wir einen schönen Vorsprung Und wenn wir dann Fehler machen Dann Bleibt es auch so dabei Lämmung von Lämmung So jetzt Die letzten Meter Und jetzt kommt das Ziel gleich Da nach den nächsten Kurven Und Es ist der erste Platz So Erster Platz 1500 Dollar Und die Silberklasse haben wir freigestellt Sie haben die Bronzeklasse geschafft Genau Und somit Können wir dann In die Silberklasse Die Silberklasse Die Silberklasse Die Silberklasse